Den hast du gemacht. Weiß ich. Max hat Dreck gemacht. WTF, da gehen nur drei rein. Ist das fuck. Deswegen braucht man noch mehrere. Ich glaube, ich sollte da eher eine unendliche Wasserquellette sitzen, anstatt so ein komischer Paar immer. Da muss jetzt ein Nithervat rein. So, die ganze Erde. Ey Leute, wir haben heute unseren ersten Abonnenten bekommen, den wir nicht kennen. Echt? Ja. Ja, und noch ein paar mehr. Ja, ist ja schön. Wir haben mehr bekommen. Hey, wir haben jetzt sieben. Nein. Doch. Guck mal auf den Kanal. Oh, hast du wieder mit deinen Accounts da? Max. Was? Du weißt ganz genau, das ist das Hasse. Tja. Aber die kennst du auch alle nicht. Ja, ja. Ja. Heißt einer Fist irgendwas? Nein, von meinem Kanal heißt keiner Fist, aber ich kenne... Ja, Fist Assillen oder so heißt der. Entschuldigung, dass ich den Namen gerade nicht ersprechen kann. Wo ist der Ernst? Ja, ich nehme ich während des Gesprächs mit Marie habe ich einen... eine E-Mail... Lava... Alter, what the fuck, wir brauchen Melonen. Ach, ich muss mal wieder vielleicht wieder die Tür einbauen hier. Ja. Äh, Leutings... Haben wir schon Melonen-Samen? Nein, aber ich habe gerade ein Problem. Und ich merke gerade, wozu Gold wichtig ist. Wofür? Man braucht einen Goldblock für drei, ähm... Warte, fuck, wir haben echt keine Melonen-Samen. Ja, in den Kisten, tut nach gut, haben wir auch keine Melonen-Samen, Philipp. Ja, wenn, dann müssten sie ja in der Kiste sein, da sind keine drin. What? In der Essenskiste, wenn in der Essenskiste nicht drin ist, dann habe ich dann... Warte, doch, warte mal, hier ist ein Samen, das ist ein Samen. Ja, aber kein... Ja, super. In Korti, wir müssen unbedingt so eine Dungeons finden. Ja, ich habe gerade ein Lava-Problem. Ich kann ja mal sonst noch gucken. Fuck, Alter. Nein, Mann. Ich verliere die ganze Scheiße hier hinten. Ich kann keinen Dreck, ich kann nichts mehr aufnehmen. So, jetzt mache ich mal das Dach wieder oben drauf. Weil, wer, wer, wer momentan in unser Haus geht, das sieht so geil aus. Wieso, was ist denn los? Ja. Du gehst in das Haus rein und dann guck nach oben. Oh, noch mehr Lava. Okay, hier ist glaube ich auch ausgelutscht, alter Falter. Ich brenne! Oh, komm, hör auf zu brennen. Ja, komm, wir haben doch sicher irgendwo... Fuck, ich bin jetzt drauf. ...das komische Zeug, ne? Oh, Max, das sieht hier schon wieder falsch mal eingebaut. Das gibt's ja gar nicht. Ich hab's jetzt schon wieder... Oh mein Gott, da draußen ist ein Skelett. Ist grad dunkel, ne? Weil ich bin, ich bin... Ich bin grad über 200 Meter vorm Home weg gewesen. Ja, Philipp, dann boll die Tür doch wieder richtig rein. Ja, hör ich ja gerade. Ich musste nur das Skelett töten. Jetzt steckt ein Pfeil an unserer Wand, mal super. Voll geil! So, jetzt muss ich einmal kurz aufs Dach gehen. Und das Dach weiter bauen. So, ich mach uns jetzt Potion of Speed. Nein! Warum nicht? Weil wir das nicht brauchen. Du brauchst das nicht. Ne, wofür brauchst du es denn? Schnell laufen. Ja, oh! Ja, Alter, wir haben unendlich... Nächster Wartel, wir haben unendlich Zucker. Ich will das trotzdem nicht. Du bist so ein Noob, ey. Ich bin kein Noob. Doch bist du... Nein! Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich spiele... Ich spiele am längsten von uns Minecraft. War nicht am besten. Nein... Weißt du... Weißt du... Warte, kann man die noch irgendwie aufpäppeln? Was kann man aufpäppeln? Wie viele Kisten wir jetzt haben? Geschwindigkeitsplotion. Ja, da musst du Redstone reinpacken. Dann wirkt er länger oder wenn du Glowstone-Staub reinpackst, dann wirkt er stärker. Ah, da sind Steine. Wo kommt Kieslein? In die Erde-Kiste. Ah, ja, da. Und der Geschwindigkeit. Wenn ich der Glowstone reinpacke, wird er was? Wird er stärker. Ah, gut. Also Glowstone-Staub, ne? Ja, ich weiß. Weil ich hab grad sechs Diamanten gesammelt. Hast du dir auch schon die Diamanten-Kiste getan? Nein. Oh, ich sollte vielleicht was essen. Wo ist denn die Diamanten-Kiste? Also, ich mein, in die Ressourcen-Kiste. Da warst du grad dran. Oh, ich hab ein Get-Dings-Booms. Soll ich jetzt mal ganz schnell zu euch laufen? Nein. Ich weiß ja das Zeug doch nicht. Ja, wir können uns davon so viel machen. Oh, Gold. Ja, na und? Oh, ich ziehe jetzt ab. Ich will jetzt unbedingt sprinten. Wartet. ... ... ... ... ... ... ... Aber die Holzkiste bitte. Ich kippe Ultraicht. Komm schnell. Wie lang hält das jetzt an? 1.13 für das schnellste er hat Probleme ich finde das auch so cool ja, Korti, wir müssen uns jetzt mal alle auf die Suche nach Melonsamen machen wir haben Kisten ohne Ende und ich dachte Diamanten Melonsamen brauchen wir warum haben wir Melonsamen? na für oh Gott äh, für diese Heilungsposen sieht scheiße aus Max wird uns auch in Geschwindigkeitsposen Korti Korti hier ist dein Geschwindigkeitsposen ach du scheiße, haben wir wie viele Steine wofür brauche ich den? das gute ist, wenn du den trinkst, musst du dessen nicht rennen und verlierst keiner Dings aber jetzt ist er glaube ich gleich weg, ja müssen wir ihn noch verlängern oder zum Wurf Dings machen und jetzt ist er weg nein Max wird's auch, Max wird's auch noch deinen Trank der Geschwindigkeit haben äh, ne, das bist du, Korti oh, gib ihn her du bist so ein gib ihn her hey, alter willst du dich mit mir anlegen? mir einfach jetzt nicht sauen Max so, kommt, lass uns, äh, auf die Suche nach, ähm, Melon Samen ja, und wo willst du die finden? na, da musst du Mien-Schacht finden Melon-Samm oder oder Spona oder du findest einfach Melon ja, die kannst du nicht finden Philipp, da hast du alles ausgelutscht, ich hab grad so viel natürlich kann man Melon finden, Philipp da ist nicht alles ausgelutscht ja, gut, ich, 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 äh, mach nochmal in die andere Richtung ich mach einfach nochmal quer da ist ein ewiger, langer Gang, Alter oh, der ist... oh, der ist... da fällt man ja runter nein, nicht daher nein lol, es läuft grad mega epische Musik hör ich nicht ach, die gucken unten Narnia oh, ey, Alter ich dachte schon Minecraft voll geil wir haben Lava-See gefunden Ali, wie laut ist denn das? ey, weißt du, jetzt gehen die mir voll auf die Eier weißt du, weil sonst, wenn die mir auf die Eier gehen oh nein, die Zombies kommen schon wieder warte dann simsen die mir das auch noch ich muss jetzt mal schreiben macht mal leiser der Digga, das sieht gar nicht Diamant ich will die XP haben ja, wie viel, Philipp? noch einer noch einer noch einer geil was machst du? vier Diamanten gefunden ja, ist doch immer geil siehst du, wir müssen alle meinen gehen oh, da ist schon wieder Lava, Alter wo? sock mal, Dick ich wollte diesen Test Will, wo bist du jetzt hin? ich bin... ich hab ne Höhle gefunden wo bist denn du? warte mal da komm ich mit dir äh, lol, wo bist denn du? zeig ich dir gleich nein, nein da bist du warte, bist du das? warte mal, warte mal, warte mal du bist grad... warte warte man, man oh Mensch Alter, jetzt wird's grad gelegt ey, guck mal pass auf, gleich hier vorne ist Lava ui ui fuck so, da hinten hab ich die Diamanten gefunden hier gehst du in die Richtung, geh ich in die andere, ne? hab ich noch Fackel? äh oh, die erste Kohle ne, hab ich grade alles oben gelassen müssen wir welche finden da oben war welche, ne? alle Zambi, alle Dead Muskeln äh 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 also sind wir jetzt auf der Suche nach Diamanten ja, nach Diamanten okay ich baue das Haus weiter nein natürlich du machst auch mit ich bin gar nicht mitgekommen aber egal ja, bau da kein Bullshit also, äh, müssen wir Gold mit abbauen, ja, ne? ja okay wir brauchen's wir brauchen nämlich ein Diamant-Dock für drei Potions äh okay, das ist viel Obsidian Kohle also das komplette die komplette Kohle ist in den Ulfen aufgebraucht echt? okay, dann bringen wir wieder was mit, ne? nein, also es ist nicht alles aufgebraucht es ist, die Kohle ist noch lange nicht aufgebraucht also den Jakob ist doch nicht so ein Schreck ein, Alter nicht mit einer übrig bleiben also packen wir noch eine Kohle rein wirklich alles rein dann ist gleich wieder aufgefüllt da ist noch voll da fehlt acht Kohle wo bist du jetzt überhaupt hin, Korti? warte, du bist zurückgelacht ja ich sag, irgendwas Skelett verreckt ja, sich ja nur Lava gibt's hier noch lang, weiter ja, lass mal den, lass mal den Gang der Lava lass hast, hat jemand von euch einen Eimer Wasser? ne, ne, war ja klar ich hab, war ein Eimer mit ja, dann gib mal her ja, aber kein Wasser ja, wo seid ihr? ja, geh mal her denn jetzt ach, war hier irgendwo Wasser? ja, dahinten sechs Diamanten ja, warte, du kriegst auch einen da, Korti, vor mir bringt mal einen Eimer Lava mit ich will einen Vernichter bauen vernichter? ja ist denn ein bisschen vernichter? da, wo man die Objekte reintut, die man nicht mehr braucht ach, sowas ne, ich find sowas alter die Tür ist offen da komm wir hinten mit und, äh warte, ich mach, ich mach, ähm so ah, fuck Gotti, du setzt Fackeln Gotti, du setzt Fackeln, ne Gotti, du setzt Fackeln, ne Gotti, du setzt Fackeln, ne oh, fuck ist der groß aber geil Hä? Der Ofen brennt weiter, wo schon alles fertig ist. Okay. Ja, klar. Warte, Creeper, 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 Creeper. Oh, quasi. Du hast dich geschlagen. Ja, sorry, aber ich musste das überleben sichern. Ah, ne, da geht's wieder zurück. Oh, mein Gott, leck das grad. So, meine Damen und Herren. Oh, da hab ich ein Pummi. Aber ich bin die Lave geschlagen. Das ist ein Skelett. Oh, ne, ich hab keine Pfeile mehr. Alter, ich bin in dem Skelett. Das ist nicht lustig. Oh, da kommt noch eins. Ich sterbe. Nein. Hilf mir. Ich bin fast tot. Ich sterbe. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein. Ich hab Diamanten dabei, Korti. So, ich bin zurückgerannt. Ich bin zurückgerannt beim Ausgleich. Ja. Nein, Korti, Korti, tippst du dich mal zu mir? Ich zu dir, Entschuldigung. Kannst du das mal machen? Ich mach das immer falsch. Nein. Ach, Mann. Danke. Warte, ich geb dir dann, toll, was hattest du denn jetzt alles dabei? Ich hatte ne Eisenpickaxe, ne, ja, äh, das, genau, ne Eisenpickaxe, mein, genau, genau, genau. Es gibt keine Connected-Bogen, ja, und sonstige Sachen, die wir jetzt nicht unbedingt, ich hatte mehr, ich hatte viel mehr Fackeln. Keine Connected, ach so, ja, genau. Ich hatte 40 Fackeln. Ja, äh, hier. Okay, jetzt hab ich nen ganzen Stack. Mann. Äh, ja, meine, ach ja, das ist meine Fickaxe. Hast du nochmal... Fuck, schon wieder? Oh, Philipp, ey, da bist du eigentlich ein Noob, Junge. Ah, Hilfe. Fuck. Jetzt sind unsere Diamanten draufgegangen, hab ich recht. Ja. Oh, du bist doch ein Scheiß-Noob, ne? Was kann ich denn dafür? Ich hab nen Erz abgeboten. Ja, vielleicht nicht drauf stehen, alter. Alter. Ich bin doch gar nicht, ich bin doch gar nicht drauf gestattet, weißt du, so aus Reflex bin ich sofort reingegangen und bin dann in Lava gefallen. Alter. Gott, den TP'sst du mich nochmal wieder. Wow, 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 ja, wie denn ohne Ausrüstung? Naja, du hast recht, ich geh mal lieber zurück. Du hast alles verloren, Philipp. Warte, Philipp, ich mach den in neue Rüstung. Ja. Alter, sechs verschissene Diamanten, ne. Vier. Er hat trotzdem viel. Die Folge muss unbedingt den noobigen Philipp nennen. Kein Problem. Weit. Helm für den Philipp. Ja, gib mal alles her. Ich bin noch nicht mal fertig. Beinschutz. Jetzt brauchen wir noch Hose machen. Ach nee, das war falsch. Ist Beinschutz Hose? Nee, Beinschutz ist nicht Hose. Doch, Beinschutz ist Hose. Dann brauchst du... Hä, nein, das ist eben nicht. Warte, warte, warte. Nein, ach so, Stiefel. Okay. Wo ist das Silber? Ach ja, ist es da. Stiefel. Ah. Nein, das ist ein Helm. Och man, ich verwechsel die Rezepte immer. Haben wir noch einen... Holz? Oder sowas? Was meinst du mit Holz? Wir haben ganz hinten eine riesige Holzkiste, Philipp, ne? Oh. Ach, klar. Jetzt haben wir nochmal die Schuhe gemacht für den Philipp. Ja, Alter, wie lange brauchst du dafür? Ja, ich kenne ja nicht alle Rezepte. Ich probiere aus. Da haben wir die Schuhe. Da haben wir den Beinschutz. Und da haben wir den Helm. Und jetzt stehe ich noch fest, wie man einen... äh, Brustpanzer... Du hast ihn wieder aufgenommen. Gib ihn wieder her. Jetzt stehe ich nochmal schauen, wie man einen Brustpanzer macht. So. Ich experimentiere jetzt. Da war doch bloß keine Scheiße. Max. Tief, tief. Hallo. Was? Ihr braucht den ganzen Zeit so ein Bildschirm mit so einem Mikro. Ja, natürlich. Was ist denn? Ihr wollt mich alle ficken. Was ist denn? Kackter Schutz hier. Hallo. Da war ich so nicht weggehe. Ein Skipper, ein Skelett am 9-Zong. Oben in der Mitte freilassen, Max. Okay. Da hast du. Geht doch. Alter, wie viele Steine wir haben. Ja. Die Nether warzen, das Zeug, nehm ich mal drunter. Ja, okay. Ich glaube, ich mach mich eher daran, wenn wir mal ein bisschen ein paar Tränke zu brauchen. Und da geh ich wieder runter. In der Mina hast du nicht so genug darauf, ne? Ich verrecke immer ziemlich schnell. Oh, meine erste Spinne. So, dann machen wir hier mal. Aber das lohnt sich jetzt gerade nicht. So. Ich brauch mal noch Gunpowder. Ich brauch mal Erde. Alter, dann kann ich uns schon mal, äh, Potions der Dingsbums machen. Fucking bitches, ich glaube, ich weiß, was noch draufgegangen ist. Was? Unser kompletter Ghostdown. Du bist so ein, du blöde, den besorg ich nicht nochmal, ey, ich den besorg ich wirklich nicht nochmal. Ja, ich hab vielleicht nicht damit gerechnet, dass ich sterbe. Ja, äh, ich, ich geh gleich nochmal an Nether. Wo kommst du Scheißer denn her, ey? Oh, hier ist so ein Bogen. Ich muss sich erstmal gerade Falltüren machen. So, ähm, Max, das sieht hier doch nicht aus. Ja. Äh, ja, ich wollte gucken, ob wir noch, äh, Mama, äh, äh, ja. WTF, wo ist denn das Zeug? Ah, da ist hinter Schwarzpulver. So. Äh, Max, mit was verlängere ich die nochmal? Mit Gloucetown. Nein, damit verstärkt man sie. Mit Redstone. Redstone. Ja. Das wollte ich damit nehmen. Kann man sie auch beides machen? Verstärken und verlängern? Äh, ganz sicher? Ja, ganz sicher. Okay, dann verstärke ich sie lieber. Max, glaub, du bist ein bisschen leise. Ja, ist so wirklich. Ja, dann mach ich mich eben lauter. Ja, so ist gut. Warte, ich kann mich auch noch lauter machen. Nein, das war jetzt nicht. Nein, wir wollen nicht so viel von dir hören. Leute, wir machen auch hier gerade Harlem Shake. Echt? Aua. Setz weg, bitte. Okay, dann geh ich mal kurz nochmal an den Nether. Nicht sterben. Mach ich nicht. Ich hab keine Fackeln mehr, Alter. Deine Eiche, bitte. Da-dam-dam. Da-dam-dam-dam-dam-dam. Ich glaub, den Spalt kenn ich. Das erste, was ich höre, ist... ...ein Gast. Ja, klar. Weißt du, heißt das Gast oder heißt der Gast? Der heißt eigentlich Ghost oder sowas. Ne, im Englischen heißt der nämlich Guest, glaub ich. Ja. Soll nämlich eigentlich ein Geist sein, ne? Ja. Ja, dann heißt es ja Ghost. Ne, soll ja nicht Ghost heißen. Aber wenn's ein Ghost sein soll... ...ist es draußen dunkel? Ja. Aber fast. Wird das gerade wieder hell oder wird es dunkel? Der Typ schießt auf mich. Es wird eher dunkel. Fuck. So. Ich hab unser Dach mal ein bisschen verschönert. Ach. Fuck. Jetzt muss ich einmal Samen mitnehmen und dann baue ich unten weiter Zeug an. Nein. Das gibt's doch nicht. Was? Der hat das Portal ausgeschossen. Hahaha. Und hast du einen Feuerzeug mit? Nein. Max, mach du das mal kurz. Ich bin so weit von euch entfernt. Was soll ich machen? Na gut. Ich hab alles. Philipp, ganz ruhig. Du bist so eine Hurenspinne. Du bist so ein Hurenspinne. Nein, ich war doch gerade dabei, den zu töten. Ja, aber du wirst niemals zurückgekommen, Philipp. Ich muss mal kurz... Nein. Ach, wir müssten... Nein, das hätte ich hier. Das ist ja auch draufgegangen. Gott. Aber das Elf Close Zone las ich schon mal hier. Oder ich arbeite jetzt erst mit dem Elf Close Zone. Max, hast du ihn da wieder rausgeholt? Ja. Gut. Das ist eigentlich allzu schwer. Nein, das stimmt. Ich hab keine Ho. Ho, ich mach eine Gold-Hoo. So was andere bringt Gold ja nix. Oder? Nö. Nicht wirklich. Dann mach ich eine Gold-Hoo. Sieht schön aus. Sieht scheiße aus, besser gesagt. Ich hab jetzt GIF produziert. Ah, ich seh Philipp. Da ist Max. Das backt gerade wieder so übel. Der legt diese Dinger einfach nicht so schnell. Okay. Okay. Alter, der veranstaltet meine Schwester drüben, eine Karaoke-Party oder was, Alter. So, und jetzt mach ich da... Ah, das verkürzt das und wird stärker. Ouch. So. Weizen ist da. Hat sie viel sogar. Max, guck mal, wo ich bin. Max. Wuhuuu. Hä? Müsst du, ist er nicht... Wasch der Richter. Ah, da oben. Hallo. Nein, Max, das geht. Wuhuuu. Boah, leckt das gerade. Das sieht richtig schon geil aus, Junge. Wie lange wollen wir noch? Na, bis oben jetzt erstmal, also. Ja, okay. Hier ist jedenfalls schön viel Weizen schon mal. Ist doch gut. Ich glaub, ich hab keinen Schnitt gemacht. Ich glaub, das wird eine extra lange Folge. Aber ich weiß es nicht. So, relativ viel Weizen für unsere Damen. Max, du hast recht gehabt. Was denn? Mit dem, dass man nur eins von den beiden machen kann. Ja, weiß ich. Ähm, Leute? Ja? Machen wir dann nach der Folge einen Aufnahmestopp oder erstmal Pause? Ne, wir machen noch eine, würde ich sagen. Noch mal eine Viertelstunde. Und dann können wir aufhören. Machen wir dann noch eine, okay. Wir können heute Abend vielleicht noch was aufnehmen. Äh, Leutings? Ja? Leder mal einen Gifttrank. Wie ist denn ein Gifttrank? Zum Werfen. Ah. Für Monster, weißt? Ich kann ihn nicht aufsammeln. Doch, jetzt was ihn aufsammeln. Du bist zu voll. Organ-Powder-Korti, gut. Ja, ich weiß, ich hab grad einen Creeper getötet. Wenn du ein Spinnenauge findest oder sowas, gibst du mir auch mal. Äh, Max, hier hast du da. Ja, noch nicht. Wie, warte mal, wie lange, ähm... Zwei Minuten geht ja jetzt. Wie lange reicht Wasser? Wie viel breit? Vier. Vier in jede Richtung. Vier in jede Richtung. Also, können wir... Ein, zwei, drei, vier. Muss da Wasser hin? Oh, oh, eh, oh, 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 oh. Gotti. Entschuldigung. Kann man einfach random in die Kisten reinschmeißen? Nein. Ja, gut, kannst du ruhig machen. Ich sollte die so und so noch, ja, nochmal. Gut, gut. Nein. Ich mach jetzt mal ein etwas größeres Feld, ne? Ja. Ist so oder so nur alles improvisorisch, geht eher alles irgendwann in den Untergrund Das heißt provisorisch und nicht improvisorisch Sorry Was kann ich noch ausschmeißen?